Jetzt bin ich in Stockerau, in Stockerau, da weiß ich es genau, ich kaufe gerne ein, bei EP Audio-Exklusiv, EP-Exklusiv, ja, in Stockerau ist klar, da ist die Adresse, ja. Ja, hier können sie kaufen, Waschmaschinen, ja, Waschmaschinen, wie ist da, alle stehen, ja, eine AEG ist für sich auch da, eine Chorringe, auch dieses ist ja da, ein Bregenz, Elektriker, Bregenz, ja, Elektriker, Bregenz, ja, auch diese ist ja da, Eklusiv, ja, ein Audi, EP Audio, ja. Ja, ja, ein kleiner Ofen, der ist auch schon da, ein kleiner, kleiner Kühlschrank, auch das macht die Sache, ja, 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 und die Waschmaschinen, Bregenz, ja, da haben wir Eklusives, ja, da können sie sich ja erstaunen, ja, was hier alles steht, sogar, hier steht ein Bregenz, ja, ein Eklusives, ja, das ist ja sowas für ein schönes, ja, das muss ich haben, ja, dann kaufe ich gleich ein Kühlschrank, ja, Ja, der ist nur für Flaschen, da, oder vielleicht ein Staubsauger, ja, ein Staubsauger, der ersaugt, auch, ja, oder kaufe ich mir ein Roboter, ja, ein Roboter, ja, der fährt alleine, ja, durch die ganze Wohnung, ja, und machte alles sauber, gar. Ja, ja, ich kaufe gerne, ja, in Stockerau, B, I, P, A, N, auch, ja, ihr Partner für Elektronik, ja, hier in Stockerau, ist ja vieles möglich, ja, hier steht ja Kaffeemaschinen, auch noch da, schauen sich an, vielleicht wollen sie eines haben, ja, wenn sie eines haben wollen, ja, Rechtsschuldstraße 75, 2000 Stockerau, auch, ja, oder Telefonnummer 022 66 62 315, bitte rufen sie an, danke.